Was ist in drei Worten? Ich habe doch einfach gefragt. Zusammenkunft. Fantastisch. Und ja. Geil. Viele nette Leute. Geil. Spenden. Geil. Eine gute Sache. Kinder. Dass es keine Unfälle gibt. Nette Leute. Ja, eh das selber eigentlich. Dass es keine Unfälle gibt, ein schönes Wetter und Spaß. Spitze, ja. Glückliche Kinder, ja. Echt geil. Viel Action. Einfach. Geil. Punkt. Wichtig. Kinder. Früh aufstehen. Spielzeug. Motorradfahren und Spaß haben. Leihwand. Super. Supersache. Das ist eine absolute Pflichtveranstaltung, wenn es ringt. Freiker für Kinder. Benefizfahrt für Kinder. Hammer. Unglaublich einfach. Leihwand. Ganz einfach. Wirklich nur in drei Worten kannst du nichts anderes sagen damit. Weil was man da für Kinder auf die Füße gestellt hat, ist gigantisch.